Die zweite Sitzung des Regionalrates Köln ist beendet und mit diesem Video möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung geben. Und es geht um den Waldzustandsbericht und die Metropolregion Rheinland e.V. Also hier die kurze Zusammenfassung. Nun, beginnen wir mit dem Waldzustandsbericht, den Wald und Holz NRW vorgestellt haben. Und kurz zusammengefasst ist die Lage durchaus krass, heftig, dramatisch. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Jeder von uns kennt die kahlen Stellen in den wunderbaren Waldlandschaften, die wir in NRW haben. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das mit dem menschengemachten Klimawandel schlicht und ergreifend befeuert wird. Das heißt, wir haben zu wenig Regen und gleichzeitig steigende Temperatur. Das bedeutet, dass die Böden austrocknen und damit in den Wurzelregionen die Erde viel zu trocken ist. Insbesondere Eiche, Buche und die Fichte werden dadurch massiv angegriffen. Und man sieht das, dass dann der Borkenkäfer oder genauer gesagt die Larven des Borkenkäfers, ja, die Wälder befallen. Die müssten dann abgeholzt werden. Und wir sehen dann praktisch, ja, die regelrechte Tonsur unserer Wälder. Und das ist nicht nur irgendwie schmerzhaft, wenn man da diese wunderbaren Wanderhuten kennt und auf einmal fehlt ein Riesenstück Wald. Sondern wir haben auch Schwierigkeiten in Deutschland, aber auch in NRW im Regierungsbezirk, dieser Situation Herr zu werden oder Frau. Also sprich, die Sache zu lösen. Denn so schnell kommt man wieder auf Horst nicht hinterher. Und diese Wälder, die zum Teil reine Nadelwälder sind, müssten natürlich etwas mehr durchmischt werden. Aber selbst andere Arten sind ja angegriffen. Und im Waldzustandsbericht wurde berichtet, dass wir 27 Prozent der Fläche des Regierungsbezirkes haben, die eine sogenannte Waldfläche ist. Und 53 Prozent dieser Fläche sind im Privatbesitz. Das macht es also nochmal schwieriger, weil man also selbst dann, wenn man gesetzliche oder behördliche Anordnungen hat, die ja auch erstmal privat irgendwo durchsetzen muss. Also die gehören schlicht und ergreifend Unternehmen oder Menschen. Und die haben damit teilweise auch Geld verdient. Das sind Wirtschaftsstandorte, also sprich gerade Holz ist ja eine Ressource. Und nun bricht das weg. Alleine in den Jahren 2018 bis 2020 habe es fast 13 Millionen Euro Schaden dadurch. Und das heißt, es ist also nicht nur etwas, was wir als natürliche Ressource unbedingt schützen und wiederherstellen müssen. Sondern wir müssen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass die 53 Prozent der privaten WaldbesitzerInnen hier auch mitspielen. Und deswegen ist es da auch positiv, dass es da bereits Maßnahmen gibt, dass dort auf der einen Seite, wo wir CO2 besteuern, es gibt ja die Besteuerung von einer Tonne CO2, dass wir auch hingehen und Prämien geben für die, die CO2 filtern. Und um das mal ganz einfach auszudrücken. Heißt, WaldbesitzerInnen brauchen hier Unterstützung, denn es ist da auch einfach eine Konjunkturförderung, die auch nachhaltig wirklich ist. Und die muss einfach sein. Und gleichzeitig ist es, wie gesagt, auch eine Wirtschaftsförderung. Und das ist genau so ein, ja, ineinandergreifen von wichtigen Argumenten. Und, ja, das war der Bericht des Waldes, der heute vorgestellt wurde, der nochmal eindrucksvoll untermauert wurde durch Statistiken, durch Luftaufnahmen, wie angegriffen die Wälder hier im Regierungsbezirk sind. Insbesondere rechts des Rheins, im Bergischen, muss man sagen, erschreckende Aufnahmen. Und wir sind alle angehalten, dass wir hier, ja, Acht geben auf unseren Wald. Erst recht, wo gerade der Wald und unsere Natur unser neues Ausflugsziel Nummer eins geworden ist. Und wir können nicht verreisen. Gerade die Corona-Pandemie sorgt seit gut einem Jahr dafür, dass wir in die Gebiete rund um unsere Städte und Gemeinden zum Wandern, zum Radfahren gehen und fahren. Und hier ist auch nochmal der dringliche Appell, dass man den Wald doch trotzdem schützt. Nehmt euren Müll mit, nehmt eine kleine Mülltüte mit, irgendwas. Es wird und wird berichtet von durchaus massiven Belastungen durch den Wald, weil man die Wege verlässt, weil man Müll einfach unachtsam liegen lässt. Und das ist für die Tiere und die Pflanzen ein echtes Problem. Und mal ganz ehrlich, Leute, da will doch keiner eine Verbotspartei sein, sondern nehmt doch einfach den Müll mit. Es ist doch nicht, es ist wirklich nicht schwer. Und macht es einfach. Und das sind so einfache Möglichkeiten, unseren Wald zu schützen, denn er ist wirklich richtig bedroht. Und wir können über den Umgang über den Amazonas sprechen, dass die Brasilianer dort mit Waldrodungen arbeiten. In manchen Teilen können wir mal vor der eigenen Türe kehren. Und das sollten wir manchmal vielleicht auch tun. Und das hat der Waldzustandsbericht heute nochmal gezeigt. Ein zweites sehr diskutiertes Thema, zum Beispiel in der politischen Welt, ist die Metropolregion Rheinland TV. Dort haben sich Städte, Kommunen und Kreise zusammengetan, um für die Metropolregion Rheinland so ein bisschen einen Marketingboost zu machen. Man will sich tatsächlich mit anderen Regionen auf der Welt und in Europa messen und dadurch auch genau auf Messen präsentieren. Gut, die haben letztes Jahr nicht so stattgefunden. Aber das ist das Ziel. Es ist im Grunde so eine Art Imageverein. So ein Club, um sich besser zu vermarkten. Allerdings sollen die Standortwerbungen und die Werbungen für eine Kommune oder eine Stadt selber auch dort bleiben. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass manchmal gar nicht genau klar ist, was macht jetzt dieser Verein. Er kriegt viel Geld aus all den Kommunen. Es gab da einen kritischen Bericht im Kölner Stadtanzeiger. Und die Regierungspräsidentin Gisela Walsken hat da heute auch nochmal Stellung zugenommen. Wir hatten als die Fraktion Linke Volt auch eine entsprechende Anfrage mit dazu gepackt. Ein Fragenkatalog, der wird uns auch im Nachhinein nochmal schriftlich beantwortet. Und in Kürze wird das auch zum Beispiel auf unserer neuen Homepage auch alles dann etwas besser nachlesbar sein. Fakt ist, es sind hier Änderungen vorgesehen. In diesem Verein, für viele ist das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so interessant, aber was hat das jetzt damit zu tun? Naja, ein Teil unserer Steuergelder fließt in einen solchen Image- und Marketingverein. Und der gerade im April mit einer Imagekampagne hier bei uns im öffentlichen Raum auffällt. Und der zum Beispiel das aber auch in Berlin macht. Das ist im Grunde ein Lobbyverein. Er dient natürlich aber unserer Region. Das ist also jetzt auch, finde ich, ein sinnvolles Thema. Aber ob dieser Verein gerade so effektiv und effizient arbeitet, ich weiß es nicht. Er hat so ein paar schöne Schlagworte auf der Webseite. Es gibt auch ein gemeinsames Planungspapier zum öffentlichen Nahverkehr. Auch eine sinnige Idee. Aber die Frage ist jetzt, ist der der Verein der Richtige und das, was die da machen, kommt das an? Und da gab es ein bisschen Kritik und dazu wurde als Stellung bezogen. Wir selber sitzen aber als Fraktion nicht in dieser Metropolregion. Aber Teile unseres Rates sind dort in einem beratenden Gremium. Das ist also diese typische politische, ne? Ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. So, auf jeden Fall gab es deswegen heute dazu einen Bericht. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr also in euren lokalen Gremien seid, in euren lokalen Räten oder dort die Abgeordneten mal fragt, wie die denn dazu stehen. Weil ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Da geht viel Geld rein. Die Vernetzung innerhalb der Kommunen und auch zu den Nachbarn, aber auch generell in Europa, ist ja nun mal ein Thema, was wir sehr, sehr lieben bei Volt und auch vorantreiben wollen. Aber wenn man zu viele Arbeitskreise bildet, ihr kennt den Spruch. Wenn ihr nicht mehr weiterreist, dann bildet ihr einen Arbeitskreis. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Metropolregion hier auch irgendwie niemanden gerade richtig befriedigt und überhaupt nicht irgendwie selbst weiß, was sie tut. Und ja, das ist also auch ein Thema, da kann man sicherlich ansetzen. Das waren die zwei zentralen Themen unserer heutigen Ratssitzung. Und deswegen, ich versuche euch über dieses Format immer so ein bisschen mitzunehmen und zu informieren. Und deswegen, ja, bleibt uns treu und gewogen und informiert euch auch immer gerne selbst. Stellt uns auch gerne Fragen. Was interessiert euch hier im Regierungsbezirk? Gerade wenn es um das Thema Planung und Flächenpolitik geht, weil das ist das, was wir zu tun haben. Ihr dürft uns gerne anschreiben oder mich natürlich. Und ich versuche euch weiter so informativ wie möglich mitzunehmen. Deswegen dauert so ein Video nur mal 10 Minuten. Aber wenn es einfach wäre, könnte ich es auch in einer Minute machen. Aber leider gibt es halt Themen, die sind so komplex. Zeitungen berichten nicht drüber. Und wir arbeiten gerade an einem Format zu einem ganz besonderen Thema. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt hier dran und gebt uns ein Like, kommentiert und abonniert. Dann werdet ihr auch immer direkt informiert, wenn wir hier was für euch vorbereiten. Weil wir machen das ehrenamtlich und das machen wir gern. Und wir hoffen natürlich, dass es dann noch ein bisschen im Regierungsbezirk ankommt bei euch, damit ihr informiert seid. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank, tschüss.